Die Acryline ist ein führendes Unternehmen in der Kunststoffverarbeitung und ist durch langfristiges und nachhaltiges Denken geprägt. Vor 29 Jahren haben wir die Acryline mit vier Mitarbeitern gegründet, kontinuierlich aufgebaut und sind heute ein moderner Betrieb mit 25 Mitarbeitern. Was uns auszeichnet, ist unsere starke Kundenorientierung. Wir denken mit dem Kunden, sind flexibel, fällen Entscheidungen schnell und unkompliziert. Mit modernsten Verfahren stellen wir das bestmögliche Produkt her. Bei uns ist jeder Auftrag kundenspezifisch gefertigt. Das kann ein Prototyp sein bis hin zu einer Serienfertigung. Unser Produktspektrum reicht vom einfachen Display über Beleuchtungselemente bis hin zu Maschinenabdeckungen und hochkomplexen Dreh- und Frästeigungen. Neben unseren Produktionsanlagen wie Dreh- und Fräszentren, Laserschneider und UV-Verklebungen legen wir grossen Wert auf unsere Qualitätssicherung mit modernsten Messsystemen. Die Materialresten werden bei uns zu 100% recycelt und zur Wiederherstellung von Kunststoff verwendet. Dank modernen und effizienten Produktionsanlagen sowie LED-Beleuchtung im ganzen Haus schaffen wir sehr energieeffizient. Wir legen hohen Wert auf unser Team und auf die Aus- und Weiterbildung von unseren Mitarbeitern. Wir bilden Lehrlinge zu Kunststofftechnologen aus, haben Mitarbeiter mit Handicap, bieten Teilzeitstellen und haben viele Mitarbeiter, die schon 10 Jahre und länger für die Acryline tätig sind. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter. Mit ihnen habe ich die Acryline zu einem erfolgreichen Unternehmen aufgebaut und gemeinsam haben wir eine gute Perspektive für unsere Zukunft geschaffen. Die Acryline AG hat sich über die letzten 29 Jahre in der Kunststoff- und Werbetechnik eine ausgezeichnete Position erarbeitet. Die Investitionen in neue Technologien, den verantwortungsvollen Einsatz von den Ressourcen Kunststoff und die Senkung der Umweltbelastung, aber auch der umsichtige Umgang mit den Mitarbeitern hat die Jury überzeugt. Darum hat die Acryline AG einen ZKB-KMU-Preis verdient. Acryline AG